Ich rufe jetzt erneut den Tagesordnungspunkt 13 auf, Begrünung und Aufwertung der Kreuzstraße. Und wie bereits angekündigt, würden wir wie folgt in der Rednerliste fortfahren. Es beginnt die AfD, gefolgt von Linke, SPD, FDP, dann Grüne und CDU. Und ich darf Herrn Lazinski nach vorn bitten, Sie sind als Redner gemeldet. Ja, sehr geehrte Frau Bürgermeisterin, sehr geehrte Stadträte, liebe Zuschauer. Grundsätzlich standen wir dem ursprünglichen Antrag von Herrn Löser recht positiv gegenüber. Auch wir sind der Meinung, dass die Kreuzstraße etwas mehr Grün vertragen kann. Die Art und Weise, wie letztendlich in der Verwaltung damit umgegangen wurde und was letztendlich von Seiten der Verwaltung bei diesem Thema jetzt hier vorgeschlagen wurde, insbesondere die Variante, sorgt allerdings dann doch bei uns für Ablehnung. Aus dem einfachen Grund, es scheint hier nicht nur darum zu gehen, die Kreuzstraße zu begrünen, etwas mehr Grün auf die Kreuzstraße zu bringen, sondern es scheint hier auch vor allem darum zu gehen, die ohnehin schon knappe Anzahl an Parkplätzen größtmöglich weiter zu reduzieren. Schon heute stehen den 260-Bewohner-Parkausweisen in diesem Gebiet gerade mal 180 Parkplätze entgegen. Jetzt sollen ungefähr noch mal 50 Parkplätze wegfallen. Das ist eine schlechte Entwicklung, insbesondere im Hinblick darauf, dass auch am Promenadenring zukünftig weitere Parkplätze einfallen werden. Und letztendlich ist das Problem, wir diskutieren des Öfteren hier über die Attraktivität der Innenstadt. Wir bemängeln, dass die Innenstadt immer unattraktiver wird. Und das Problem geht allerdings Hand in Hand mit dem Thema, dass immer mehr Parkplätze wegfallen. Da brauchen wir uns nicht wundern, dass immer mehr Gäste, die aus dem auswärtigen Raum kommen, die aus Tschechien kommen, die von weiter her kommen, lieber in Heidenau oder im Elbepark einkaufen gehen, wenn sie dort nicht ewig nach einem Parkplatz suchen müssen. Und aus diesem Grund sind wir von der AfD-Fraktion davon überzeugt, dass die Attraktivitätssteigerung in der Innenstadt auch zwar mit Begrünung stattfinden muss, aber auch mit alternativen Parkmöglichkeiten stattfinden muss. Nur dann kann man eine Begrünung in dem Maße sinnvoll voranbringen. Wir werden deshalb diese Vorlage hier ablehnen. Wir werden allerdings der Begrünung weiterhin positiv gegenüberstehen, wenn endlich mal entsprechende Parkalternativen in der Innenstadt geschaffen werden. Vielen Dank. Soweit die AfD. Ich darf jetzt für die Linke Frau Dr. Geitsch nach vorne bitten. Sehr geehrte Frau Bürgermeisterin, liebe Stadträtinnen und Stadträte, liebe Menschen am Livestream und Gäste hier im Saal. Begrünung und Aufwertung der Kreuzstraße, so heißt der Titel der Vorlage. Und für uns als Linke ist dieser Titel Programm. Und Sie werden sich vielleicht nicht wundern, dass wir eine ganz andere Vorstellung als die meiner Vorredner haben, was Aufwertung der Innenstadt bedeutet. Am 30. Januar vergangenen Jahres hat die Mehrheit dieses Stadtrates einen Grundsatzbeschluss gefasst. Mit diesem Beschluss haben wir mehrheitlich festgelegt, Zitat, den Klimaschutz zur städtischen Aufgabe von höchster Priorität für die Daseinsvorsorge durch die Stadt und die städtischen Beteiligungsgesellschaften zu machen. Danach sollen ab sofort bei allen Maßnahmen solche Lösungen vorzugt werden, die sich positiv auf den Klima-, Umwelt- und Artenschutz auswirken. Außerdem sollen Maßnahmen auf ihre soziale Verträglichkeit hingeprüft werden. Wir brauchen konkrete Maßnahmen, und das natürlich insbesondere auch in unserer Innenstadt, um die Klimaschutzziele in Dresden zu realisieren. Wir haben als Stadtrat in Dresden dafür eine besondere Verantwortung. Diese Prämissen im Kopf führen bei der Gestaltung, der Umgestaltung der Kreuzstraße nahezu zwangsweise zur Variante 3. Das ist die Variante mit dem geringsten Autoverkehr und mit dem höchsten Grünanteil. Das hat mehrere positive Effekte für das Stadtklima. Was Bäume und weniger Verkehr alles für das Stadtklima bewirken, möchte ich jetzt gar nicht aufzählen. Das ist, denke ich, hinreichend allen bekannt. Auch den hier von mir aus rechts sitzenden Kolleginnen und Kollegen. Die Umgestaltung der Kreuzstraße nach der priorisierten Variante 3 würde eine deutliche Erhöhung der Wohnqualität in diesem Viertel bringen und es würde eine deutliche Erhöhung der Aufenthaltsqualität für DresdnerInnen und TouristInnen in den Außenbereichen der Gastronomie bringen. Das ist Erhöhung der Aufenthaltsqualität. Das ist anziehend machen von Dresdens Innenstadt, auch für TouristInnen und Touristen. Der Ausschuss für Stadtentwicklung und Bau hat eine leicht geänderte Variante 3.1, die einige Parkplätze vorsieht, mehrheitlich beschlossen. Wir werden uns dieser Variante als Kompromiss nicht verschließen. Stimmen Sie bitte mit uns dieser Kompromissvariante zu. Dankeschön. Soweit Frau Dr. Geitsch für die Linke und jetzt erhält das Wort die SPD und Herr Engel ist auf dem Weg nach vorn. Ja, sehr geehrte zweite Bürgermeisterin, sehr geehrte Damen und Herren, die Frage, wie wir unsere Innenstadt in Dresden attraktiver machen können und tatsächlich auch nach einem hoffentlich irgendwann anstehenden Ende der Corona-Krise auch wieder mehr Menschen dahin bewegen können, das ist eine, die wird ja jetzt in den letzten Wochen zunehmend auch diskutiert. Und ich glaube, die Attraktivität öffentlicher Räume ist ein ganz, ganz wesentlicher Schlüssel dazu. Ich glaube, es geht darum, Räume zu schaffen, die Menschen tatsächlich anziehen, wo Menschen sich gerne aufhalten, wo Menschen nicht einfach nur, ja, Verrichtungen vornehmen, einkaufen gehen, irgendwo um ein Restaurant gehen, sondern wo man tatsächlich auch gerne noch länger Zeit verbringt, wo man, ja, unter Umständen vielleicht auch noch ein paar Euros mehr ausgibt. Ich glaube, es geht um solche Räume. Wir haben vielleicht, wenn wir in den Urlaub fahren, immer solche Räume vor Augen. Und ich glaube, die Herausforderung besteht darin, solche Räume auch in Dresden zusätzlich zu schaffen. Und ich sehe ein Stück weit die Vorlage der Stadtverwaltung hier zum Thema Kreuzstraße auch als so ein Element, tatsächlich attraktivere öffentliche Räume zu schaffen. Weil wie oft gibt es denn in Dresden Beschwerden darüber, dass unsere zentralen Plätze, zentrale Räume in der Stadt zu steinern sind, dass da einfach kein Leben da ist, dass die Aufenthaltsqualität fällt. Mir begegnet das extrem oft. Und ich glaube, das ist eine Sache, die sollten wir tatsächlich auch ernst nehmen, damit unsere Innenstadt tatsächlich weiterhin ihre Anziehungskraft auch hat. Ich will es nicht verhehlen. Die ursprüngliche Variante 3 war auch für uns als SPD-Fraktion der Favorit. Wir mussten zur Kenntnis nehmen, dass diese Variante offenbar im Stadtrat nicht mehrheitsfähig ist. Und wir hatten ja entsprechende Voten, zum Beispiel im Umweltausschuss, die zu einem PAD geführt haben. Und daraufhin wurde ja auch die Verwaltung beauftragt, noch mal zu gucken, gibt es denn vielleicht mögliche Kompromissvarianten. Herausgekommen ist in der Variante 3.1, die jetzt hier auch Gegenstand des federführenden Ausschussvotums ist. Da sind noch mal fünf Parkplätze zusätzlich drin. Ja, das kann man von unserer Seite aus so machen. Ich halte das auch für jetzt im Grundsatz auch sinnvoll, da zumindest zum Ergebnis zu kommen, auch wenn es vielleicht nicht die 100 Prozent sind. Ich glaube allerdings, wir müssen wirklich schauen, dass wir es jetzt dabei nicht nur belassen. Ich glaube, wir müssen zum einen schauen, dass wir im Rathaus, also in dem Erdgeschoss des Rathauses, den Flügel, der demnächst noch saniert werden soll, dass wir dort tatsächlich Nutzungen auch reinbringen, die auch diese Straßenseite entsprechend beleben. Ich glaube, das ist eine Herausforderung. Und wir dürfen, glaube ich, mit dem Projekt Kreuzstraße nicht aufhören, was die Begrünung unserer Innenstadt anbelangt. Ich glaube, es gibt da noch weitere Potenziale, wenn ich zum Beispiel in den Bereich rund um die Kreuzkirche schaue, wenn ich im Bereich der Seestraße schaue, auch da sollten wir wirklich drüber nachdenken, haben wir da noch mehr Potenzial, öffentliche Räume noch attraktiver zu machen. Und ich glaube ganz ehrlich, das ist tatsächlich der Schlüssel, auch um unsere Innenstadt peu a peu auch attraktiver zu machen. Und ich denke, dementsprechend können wir an sich auch diesem Votum jetzt hier so folgen. Und ich hoffe, dass es dafür auch eine breite Mehrheit gibt. Vielen Dank. Das war Herr Engel für die SPD. Und es ist auch der Weg nach vorn, Herr Zastrow für die FDP. Ja, sehr geehrte Frau Bürgermeisterin, meine Damen und Herren, ich weiß nicht, ob jemand Strichliste geführt hat, aber es gab ja heute schon ganz viel Lob. Ich glaube, die Grünen führen. Und ich wäre ja fast geneigt, die Grünen erneut zu loben. Herr Kühn, Herr Löser, weil es war ja Ihre Idee, ich kann es aber partout nicht. Ich sehe die Enttäuschung, weil Sie eine ganz, ganz große Chance mit diesem an sich sehr guten Antrag, der auch meine Unterstützung findet, im Grundsatz vertan haben. Leider deshalb, weil Sie nicht über Ihren Schatten springen können und weil Sie eben im Zweifel nicht in der Lage sind, einfach mal die Dinge neu zu denken. Wir haben darüber im Ausschuss gesprochen und ich will das auch hier tun. Selbstverständlich ist eine Begrünung der Kreuzstraße ein Gewinn. Natürlich sind Stadträume, die anders genutzt werden als durch Parkplätze, die anders genutzt werden als durch Rheinbeton, besser. Ich bin sofort dabei, wenn wir uns dafür stark machen, diese Stadträume neu zu gestalten und neu zu gewinnen. Und das wäre eine ganz gewaltige Chance gewesen, genau an dieser Stelle. Sie haben es nur versaut, weil wir am Ende genau das bekommen, was wir immer bei diesen Diskussionen bekommen. Wir bekommen nichts Halbes und nichts Ganzes. Anstatt sich auf eine Diskussion, für die ich geworben habe und zwar mehrfach einzulassen, darüber nachzudenken, es dort ganz anders zu machen. Viel mehr Grün, viel mehr Verweihqualität, andere Verkehrsorganisationen, sprich Einbahnstraße, anderen Räume für die Gastronomie und die Parkplätze aber nicht ersatzlos zu streichen, wie sie es jetzt wieder machen, sondern zu überlegen, wo wir sie ansonsten einordnen können. Da gibt es ja durchaus Ideen im Zusammenhang mit den Bauvorhaben an der Ringstraße. Man könnte auch mal über den Rathausvorplatz nachdenken oder über den Pirnarschen Platz. Dort einfach unter der Erde ausreichend viele Parkplätze für Anwohner und für Besucher herzurichten. Verweigern Sie sich genau dieser Diskussion. Und jetzt haben wir das, wir retten ein paar Parkplätze, die müssen auch gerettet werden, ganz klar. Damit schaffen wir aber lange nicht den attraktiven Stadtraum, den wir bräuchten. Ich halte das für eine vertane Chance und ich hätte mir gewünscht, lieber Stefan Kühn, wenn wir jetzt gerade auch vielleicht mit dem, der Phase, dass Sie neu das Amt übernommen haben, einfach mal alles wegwischen und mal wirklich neu denken und sagen, wir machen das, wir fangen das an. Dann wird aber nie geredet über ein paar Bäume dort, drei mehr dort und drei mehr dort an der Stelle, sondern dass man es mal komplett neu macht. Das ist aber in dem Stadtrat irgendwie nicht möglich, weil Sie am Ende sagen, ja, die eine Gruppe setzt halt möglichst ihr durch, aber mal komplex zu denken, ist nicht möglich. Das finde ich schade, weil wir wissen, dass wir Qualität gewinnen können, dass Plätze heute anders gestaltet werden müssen. Wer so die alten Bilder vom Altmarkt sieht zu DDR-Zeiten, wo dort ja überall nur Autos draufstanden, das ist keine Traumvorstellung für die Zukunft. Dass man es trotzdem hätte besser machen können bei der Gestaltung des Altmarkts, den wir heute hatten, wissen wir, glaube ich, inzwischen alle. Es ist auch als autofreier Platz kein schöner Platz geworden und der wird es wahrscheinlich auch durch das neue Pflaster nicht werden. Man kann nur hoffen, dass er oft genutzt wird durch Veranstaltungen. Dadurch gewinnt er am Ende seine Attraktivität. Aber meine Damen und Herren, deswegen sehe ich darin eben leider eine vertane Chance und das frustriert mich auch ein bisschen, weil das der Start gewesen wäre, auch für andere Stadträume, sie vielleicht genauso anzugehen. Es geht aber nicht entweder oder, sondern man muss am Ende auch Ersatz finden. Es gibt genug Menschen, die auf Autos angewiesen sind, die auch dort wohnen und für die müssen wir einen Ersatz schaffen. Die Diskussion wäre interessant gewesen, weil ich glaube, aus unserer Sicht heraus, wenn man sich dort auf eine neue Parkmöglichkeit untersuchen würde, sich darauf einlassen würde, man auch an anderen Stellen im nahen Umfeld, wie es Herr Engel angesprochen hat, vielleicht auch andere schöne Effekte erzielen könnte für die Qualität der Oberflächen, leider geht es nicht. Und deswegen schweren Herzens können wir diesem Antrag nicht zustimmen. Dankeschön. Soweit Herr Zastrow für die FDP. Als nächstes haben die Grünen das Wort und Herr Löser ist auf dem Weg nach vorn. Entschuldigung, Sie hatten, Herr Nitsche, für die Freien Wähler war kein Redner gemeldet. Ich würde Sie dann dran nehmen nach den Grünen vor der CDU. Gut, dann jetzt doch wir, Herr Zastrow. Und jetzt muss ich meine Rede so ein bisschen zur Seite legen, weil Sie uns natürlich direkt auffordern, ins Gespräch zu kommen. Und Sie haben uns ja unterstellt, wir handeln so ein bisschen unterkomplex. Wir haben hier eine Chance vertan. Wir haben einen Schatten. Ich sage mal, wir handeln komplex. Wir haben die Chance genutzt. Und den Schatten wollen wir unter den vielen Bäumen, die wir dort gerade pflanzen. Also bald. Und jetzt sagen Sie ja, Sie wären ja noch viel radikaler als die Grünen. Und ich habe mich ja tatsächlich erst mal gefreut, dass wir im Ausschuss bei dem Thema eigentlich beieinander sind. Aber jetzt muss man ja noch mal dazu sagen, was Ihre Radikalität dann wäre. Und dann kommt man nämlich auch auf den Punkt, warum es dafür keine Mehrheit gibt. Und Sie haben ja immer gesagt, alle Parkplätze kommen dort weg, haben Sie gerade gesagt. Und das stimmt ja nicht. Es bleiben, glaube ich, 35 oder 40 erhalten. Und das ist ja genau der Kompromiss, den wir gefunden haben auf das Drängen der CDU, die ja genau darum gebeten hat. Und da hätten Sie locker dabei sein können. Denn es ist nicht so, dass dort alle Parkplätze verschwinden. Und Ihre Idee ist ja, Rathausvorplatz, woanders wollen Sie Parkhäuser bauen oder Tiefgaragen. Das ist nämlich das, was Sie in Verbindung bringen. Sie geben es zu gerade, genau. Und da sagen wir aber, das ist eine falsche stadtpolitische Entscheidung. Denn, lieber Herr Zastrow, Sie wissen, wie es in der Altmarkt-Tiefgarage aussieht. Da ist nämlich oft gar nichts drin. Und auch in den anderen Tiefgaragen in der Innenstadt ist oft nicht viel drin. Das heißt, wir brauchen dort keine Parkhäuser. Und Sie tun so, als ob Sie noch viel radikaler wären. Sie haben sich eigentlich davor gedrückt, hiermit bei einem Kohlenprojekt dabei zu sein. Und jetzt will ich das Projekt nochmal ein bisschen erläutern. Denn es ist, könnte man sagen, ein kleines Projekt. Es ist ja die kleine Kreuzstraße. Aber wie Kollege Engel schon richtig sagte, es ist ja weit bedeutsamer, weil wir an dieser Stelle eigentlich mal zeigen, was wir unter Entwicklung von Stadt, auch unter dem großen Logo Verkehrswende, durchaus verstehen. Wir wollen nämlich diese Straßen, die immer gedacht wurden, wie sie jetzt sind, breit, mit viel Asphalt und ganz vielen Parkmöglichkeiten, umwandeln in stadtgemäße, menschengemäße Räume. Und ich will das ja auch nicht schlechtreden, denn wir haben ja einen guten Kompromiss gefunden. Denn, was passiert denn jetzt? Wir haben momentan einen einzigen Baum, der dort steht auf der ganzen Kreuzstraße. Wir haben als Grüne dort mal so einen kleinen Mini-Baum gepflanzt, der ist dann irgendwann geklaut worden. Das sollte symbolisieren, da geht mehr. Und jetzt kommt viel mehr. Wir haben jetzt drei Baumreihen, die dort gepflanzt werden, auch mit Mitteln aus dem Umweltministerium, mit einem Sonderprogramm, die das ermöglichen. Und das ist doch wirklich ein riesen Fortschritt. Da hätten Sie dabei sein können, Herr Zastrow. Jetzt stehen Sie ganz schön weit draußen. Und wir machen nicht nur das, wir machen auch diesen Boulevard, der jetzt schon ist, viel attraktiver. Der wird breiter. Für die ganzen Gastronomen machen wir das und die werden sich darüber freuen. Und trotzdem gibt es noch Parkplätze. Und da hätten Sie dabei sein können, bei diesem coolen Projekt, Herr Zastrow. Und das war es eigentlich. Vielen Dank. So war jetzt Herr Löser für die Grünen. Da die Freien Wähler ihren Redner erst nachträglich gemeldet haben, erhält zunächst Herr Nitsche das Wort und dann zum Abschluss der Fraktionsrunde die CDU. Herr Nitsche. Frau Bürgermeisterin, meine Damen und Herren, ich möchte nur kurz begründen, warum wir diesem Antrag zu diesem Zeitpunkt nicht zustimmen können. Und zwar liegt es nicht daran, dass wir keine Bäume haben wollen. Wir lieben Bäume, wie viele andere hier im Rate auch. Aber wir halten es gerade für den falschen Zeitpunkt. Wir befinden uns in einem Zeitpunkt, wo für viele angesagt ist, dass man das Geld etwas zusammenhalten sollte, wo man sagt, man fährt nach Brandenburg statt auf die Balearen, nicht nur, weil man es nicht darf, sondern auch, weil man es sich vielleicht nicht leisten kann. Und aus dem Grund, das ist einer der Gründe, sagen wir, wenn schon um Gestaltung, dann zu einem späteren Zeitpunkt. Zu einem späteren Zeitpunkt, wo es auch bekannt ist, wie denn die Räume im neuen Rathaus, dem Rathaus, was schon längst saniert werden sollte, im Erdgeschoss zur Kreuzstraße hin genutzt werden. Weil dann, wenn man genau weiß, wie diese Räume genutzt werden, kann man auch die Gestaltung des Außenbereichs abstimmen auf die Nutzung des inneren Teils des Rathauses. Dann wäre der Zeitpunkt, wo wir auch zustimmen würden. Vielen Dank. Zoweit Herr Nitschel für die Freien Wähler und zum Abschluss der Fraktionsrunde erhält die CDU das Wort und Herr Schmidt ist auf dem Weg nach vorne. Sehr geehrte Frau Bürgermeisterin, Kolleginnen und Kollegen, liebe Gäste. Als Letzter ist inhaltlich kaum noch was zu sagen zu dem Thema. Die meisten Sachen sind bereits ausgetauscht. Allerdings habe ich natürlich den Vorteil, ich kann auf die Vorredner noch mal kurz eingehen. Herr Latzinski, Sie haben gesagt, Parkflächen fallen weg. Ja, es fallen Parkflächen weg. Das ist richtig. Aber wir beschließen heute eine Variante 3.1. Der Herr Löser hat es gerade schon dargestellt. Nee, Frau Geitsch hat das vorhin am Anfang gehabt. Es gab drei Varianten aus der Verwaltung ursprünglich. Die Vorzugsvariante 3, die wir aber nicht mittragen wollten. Und deswegen gibt es jetzt eine Variante 3.1, die wesentlich auf unsere Forderung zurückgeht. Nämlich zu sagen, wir wollen die Begrünung der Kreuzstraße. Das ist richtig. Das ist gut, dass da entsprechende Aufenthaltsqualität auch reinkommt. Dass die Innenstadt, die bisher deutlich überhitzt ist, das wissen wir alle, dass da entsprechend was getan wird. Aber wir haben gesagt, wir wollen auch, dass künftig weiterhin noch in der Kreuzstraße geparkt werden kann. Und wir wollen das Maximale, was geht, auch künftig noch an Parkplätzen haben. Und das ist in der Variante 3.1, die wir jetzt beschließen. Und deswegen haben wir im Ausschuss am Ende auch dieser Variante zugestimmt. Herr Engel hat es schon gesagt, es gab tatsächlich keine Mehrheiten für die Varianten 1 bis 3. Herr Zastrow, Sie haben gesagt, die Grünen können nicht über ihren Schatten springen. Doch, können sie, weil die Variante 3.1 war eine Variante, die die Grünen eigentlich nicht wollten. Die Grünen wollten eine Variante 3. Die Grünen haben sich am Ende genauso mit uns auf die Variante 3.1 verständigt. Also, wir können sehr wohl auch mal einen Kompromiss eingehen. Auch da muss man jetzt mal, wir hören Beifall, ungewöhnlich, aber da muss dann schon mal der Wahrheit bleiben. Die sind über ihren Schatten gesprungen und sind von ihrer eigentlichen Maximalforderung abgegangen. Weil klar war, dass es ansonsten keine Mehrheit für diese Vorlage gibt. Herr Löser hatte schon gesagt, es war tatsächlich die CDU, die darauf aus war, dass wir gesagt haben, wir wollen das Maximale an Parkplätzen, was noch irgendwie geht, haben. Frau Krause fand das nicht lustig. Finde es, glaube ich, immer noch nicht lustig. Wird aber heute trotzdem zustimmen. Davon gehe ich aus. Zur Gestaltung noch eine Sache. Wir haben das im Ausschuss schon angesprochen. Es ist ja momentan vorgesehen, auch auf der Rathausseite eine Baumreihe einzuordnen. Dort haben wir im Ausschuss angeregt, da möglicherweise diese Umsetzung dieser Bepflanzung vielleicht zu verschieben und damit zu warten, bis das Rathaus saniert ist. Weil wenn ansonsten die Bäume jetzt pflanzt, möglicherweise dann die Baufreiheit nicht so ganz gegeben ist. Also die sollte natürlich irgendwann kommen, also kann man machen. Wir beschließen es ja jetzt so, dass dort auf der Seite auch gepflanzt werden soll. Aber vielleicht überlegt die Verwaltung tatsächlich in der praktischen Umsetzung diesen Schritt erst zu gehen, wenn die Rathaussanierung abgeschlossen ist, um entsprechend die Baufreiheit herzustellen. Kurzum, wir finden es einen guten Kompromiss, den wir jetzt hier haben und werden als CDU zustimmen. Wie gesagt, unsere Handschrift ist deutlich erkennbar. Und ja, vielen Dank. Damit ist die Fraktionsrunde abgeschlossen und jetzt gibt es noch eine Wortmeldung von Herrn Engel. Bitte schön. Ja, Herr Zastrow, Sie haben es jetzt ein bisschen herausgefordert. Also zum einen ein Hinweis nochmal, das ist eine Einbahnstraße in der Planung. Jetzt 4,50 Meter breite, reicht nicht für Zweirichtungsverkehr aus. Haben wir im Ausschuss diskutiert, wird Einbahnstraße mit Radfahrer frei. Also zumindest der Wunsch nach einer Einbahnstraße ist jetzt erstmal auch erfüllt. Und zweiter Punkt. Man kann natürlich der Auffassung sein, dass wir zum Beispiel eine Tiefgarage unter dem Rathausplatz schaffen müssen oder sollten, um tatsächlich auch entsprechend in den Innenstadtstraßen dann eine gewisse Freiheit auch zu schaffen. Das ist ja ein legitimer Ansatz, kann man ja so machen. Da muss man sich aber dann, glaube ich, schon die Gegebenheiten auch vor Auge führen. Und es ist ja relativ klar, über welche Beträge wir dann sprechen. Wenn wir eine Tiefgarage im innerstädtischen Raum bauen wollen, sprechen wir über Baukosten von 20.000 bis 30.000 Euro pro Stellplatz. Und dann gibt es zwei Optionen. Entweder Option 1, wir bezahlen das aus dem Stadtsäckel. Bin nicht gerade ein bisschen skeptisch, ob das in nächster Zeit realistisch sein wird. Mir ist auch nicht bekannt, dass Ihre Fraktion für solche Anliegen entsprechende Haushaltsforderungen gestellt hatte in entsprechenden Verhandlungen. War mir nicht bekannt. Da waren Ihnen andere Dinge wichtiger. Ist ja legitim. Aber das Vorhaben ist mir zumindest nicht untergekommen. Oder es gibt die zweite Variante. Wir lassen das irgendeinen privaten Bauherrn machen oder nehmen als Stadt tatsächlich marktübliche Preise. Der Effekt wird sein, dass das, was Herr Löser schon beschrieben hat, nämlich Leerstand in diesen Tiefgaragen, dann auch an dieser Stelle wieder anzutreffen sein wird. Sprich, den Leuten, die dann tatsächlich keinen Stellplatz mehr haben. Und es gibt da durchaus solche Fälle, das will ich gar nicht in Abrede stellen. Die werden dann diese Tiefgarage dann trotzdem nicht nutzen. Also ich glaube, da muss man dann schon ein bisschen gucken, wie wir wirklich zu einer glaubwürdigen Lösung kommen. Ja, das ist ja ein Kompromiss. Das haben wir auch deutlich gemacht. Aber ich halte diesen Kompromiss tatsächlich für gut vertretbar und würde mir wünschen, wenn er eine breite Mehrheit findet. Vielen Dank. So weit Herr Engel nochmal. Und da keine Änderungsanträge vorliegen. Entschuldigung, Herzfastro. Und der erste Herr Zastro. Bitte schön. Sie müssen den Blick hier schweifen lassen. Bis in die letzte Ecke. So leicht, lieber Kollege Löser, kann ich Sie hier nicht davon kommen lassen. Ich dachte, dass Sie ein Mann fürs große Ganze sind. Stattdessen haben Sie sich jetzt im Klein-Klein verloren. Wir reden ja manchmal über Architekturen Dresden und da schätze ich Sie sehr, dass Sie ja auch mal für neue Gedanken offen sind. Leider oft ausgebremst werden, ich kenne das. Aber gerade bei dieser Sache ist ja schon die Frage, ob man nicht sich die Zeit nimmt, lieber Kollege Engel, grundsätzlich über das Thema nachzudenken. Sie haben vorhin bei sich in der Rede genau das gesagt. Ihnen fallen noch andere Bereiche ein. Jeder andere Bereich wird genau diesen selben Konflikt haben. Und er wird am Ende genau zum gleichen Ergebnis kommen. Ja, dann sagt dann der Herr Schmidt ganz stolz, ja, wir haben uns auf uns zubewegt. So ein Käse. Sehen Sie diesen Stadtraum? Sie sehen ihn. Ich bin mir sicher, dass Sie ihn sehen. Und da sehe ich gar keine Autos, außer für Anlieferung, Behindertenparkplatz. Ja, wenn ich den entwickeln will, dann habe ich Weiße Gasse dort, Gewandhausstraße. Das ist jetzt schon im Fußgängerbereich. Kurz über die Wilstrufer bin ich an der Frauenkirche. Da kann ich was draus entwickeln. Jetzt stellen wir ja vor die Gaststätten. Schön, dass die mehr Flächen kriegen. Selbstverständlich. Stellen wir wieder eine Reihe Autos davor. Was soll denn das? Das ist doch überhaupt nie konsequent. Ich habe gesehen letztens die Vision zum Thema Rathausturm. Da kommt ja selbst die Stadt auf den Gedanken, vielleicht den Innenhof zu öffnen. Das passt dazu. Das ist eine Vision für Innenstadtentwicklung. Natürlich können wir nie alle Parkplätze wegnehmen. Gottes Willen. Ich gleich gar nicht. Aber ich sehe kurz um die Ecke eine Möglichkeit, über die es sich lohnen würde, mal nachzudenken. Übrigens, Sie haben sofort Ihren Promenadenring. Und zwar in der perfekten Ausformung, wie es die Bürgermeisterin jenigen gerne möchte. Wenn wir das Parkplatzproblem lösen, an vielen Stellen dort überhaupt noch die Fortführung Richtung Schießgasse, könnte man lösen, wenn wir mal neu denken. Wie genau, lieber Herr Engel? Das weiß ich noch nicht. Weil momentan ist die Stadt gar nicht so weit, über so eine Alternative nachzudenken. Ich würde Sie einladen, das zu machen. Weil dann können wir wirklich Stadträume neu gestalten. Und ab und zu mal über eine Vision zu sprechen und mal zu überlegen, wir legen es mal auf den Tisch und denken mal drüber nach. Anstatt, sorry, am Ende ist es ein fauler Kompromiss. Es ist nett, keine Frage. Es wird schöner aussehen als bisher. Herzlichen Glückwunsch, super. Aber wir haben nicht das gemacht, was wir hätten machen können, wenn wir uns einen Ruck gegeben hätten, mal ein Stück neu nachzudenken. Vielleicht auch unseren Monat Zeit gelassen hätten. Dankeschön. Soweit nochmal Herr Zastrow, meine Damen und Herren, ein herausforderndes Thema. Ich habe jetzt noch die Wortmeldungen von Herrn Lazinski und Herrn Wirtz auf meiner Liste. Ja, Frau Bürgermeisterin, liebe Stadträte, die Aussagen von Herrn Schmid habe ich doch nochmal dazu provoziert, hier vielleicht ein paar Worte zu sagen. Die maximale Anzahl an Parkplätzen wurden erhalten, Kollege Schmid. Genau, die Variante 1 erhält insgesamt 43 Parkplätze, die Variante 2 erhält 40 Parkplätze, die Variante 3 erhält 24 Parkplätze. Sie beführen die Variante 3.1, da sind drei mehr dabei, da sind dann 27 Parkplätze übrig. Die Anzahl der Parkplätze wird halbiert. Das machen Sie zum Thema maximale Anzahl. Insofern stimme ich Ihnen natürlich vollkommen zu. Dieser Antrag und dieser Beschluss trägt die Handschrift der CDU deutlich. Denn es ist mittlerweile mehr oder weniger eine grüne CDU. Danke. So weit Herr Lazinski und für die Linke erhält jetzt nochmal Herr Wirtz das Wort. Sehr geehrte Frau Bürgermeisterin, liebe Stadträte, liebe Stadträte. Stichwort Kompromiss. Die grün-rot-rote Seite des Stadtrates folgt diesem Kompromiss, weil sonst wieder die Gefahr bestehen würde, dass gar nichts kommt. Und für uns ist halt die Priorität, dass wir sagen, wir pflanzen dort erst mal Bäume in diese steinerne Gegend der Stadt, die das eben seit einer ganzen Zeit ist. War nicht immer so, es gab immer um das Rathaus herum ein paar Bäume. Und da wollen wir wieder hin, weil das einfach im Prinzip die Aufenthaltsqualität verbessert. Aber das Vernünftigste wäre im Prinzip mal drüber nachzudenken, dass diese Umfahrt des Rathauses von der Weißenhausstraße dann bis zur St. Petersburger Straße, dass man die mal aus dem Verkehr zieht. Weil diese Warteschleife dort, diese Flughafenartig, wenn man keinen Parkplatz findet, fährt man dreimal um das Rathaus, bis man einen findet, ist eigentlich auch ein Ärgernis. Sie ist nur gut für Parksuchverkehr. Und das ist ganz klar auch der Nachteil dieses Kompromisses, dass er die Parkplätze reduziert, ohne sie ganz abzuschaffen. Und das schafft Parksuchverkehr, der dort eben nicht zum Ergebnis führt. Mit der Reduzierung der Anzahl der Parkplätze sinkt die Wahrscheinlichkeit, dort an dieser Stelle nun genau unter den Bäumen einen freien Parkplatz zu finden. Das ist einfach so. Und wenn dort klar wäre, es gibt keine Parkplätze, wäre auch der Verkehr nicht da. Und jetzt nochmal ein Stichwort zu Herrn Zastrow, dort ein Parkhaus zu bauen. Ich frage mich, ich nehme Sie mal mit zum kleinen Stadtrundgang. Wir fangen mal am Enso-Gebäude an, dann gehen wir unter den Wiener Platz. Dann nähern wir uns dem Ende der Prager Straße mit dem Wirrl, mit dem Karstadt. Wir nähern uns der Zentrumgalerie, der Altmarktgalerie, dem Altmarkt und dem Parkplatz an der Frauenkirche. Ich kenne keine Stadt in Deutschland, die faktisch einen Keller hat, der aus einer Tiefgarage besteht. Und der Herr Zastrow möchte noch eine haben. Es gibt inzwischen Diagramme von Anfragen, dass diese teilweise privaten Tiefgaragen überhaupt nicht ausgelastet sind. Wie viele Stellplätze wollen wir eigentlich in dieser Stadt noch ungenutzt anbieten? Wer sich auskennt in dieser Stadt, findet im Stadtzentrum eigentlich bis auf wenige Tage um den Striezelmarkt rum und bestimmt Ereignisse immer einen Parkplatz. Insofern wollen wir es hier mal nicht dramatisieren, dass im Prinzip am Rathaus ein paar Parkplätze verschwinden. Die Kreuzstraße wird mit der Begrünung gewinnen. Wir gehen den Kompromiss mit, weil wie man mit diesen Parkplätzen am Ende umgeht, wird man sehen, ob man dort im Prinzip dann pragmatischerweise Behindertenparkplätze draus macht, um wirklich Bedürftigen, die dort nah an das Rathaus ran müssen, eine Möglichkeit zum Parken geben. Oder ob man über diese Parkplätze nochmal nachdenkt, wenn die Bäume stehen, weil Bäume pflanzen, das dauert lange. Das ist sehr intensiv, aber Parkplätze zu Beten zu machen oder zu Sitzecken, das funktioniert relativ schnell. Insofern sind wir da getrost und halten uns an den Teil des Kompromisses, der uns voranbringt und nicht an den, der uns vielleicht auch hier ein bisschen aufhält. Vielen Dank. Soweit Herr Wirtz für die Linke. Und bevor ich die Vorlage zur Abstimmung stelle, möchte die Verwaltung noch einmal das Wort ergreifen, und zwar an Person des Baubürgermeisters. Herr Kühn, bitte. Auch wenn die Versuchung jetzt nahe liegt, mich in die Grundsatzdebatte mit einzumischen, werde ich das jetzt nicht tun, sondern möchte darauf hinweisen, dass wir hier zwei potenzielle Förderprogramme haben, die wir für die Realisierung zumindest teilweise nutzen können. Insbesondere das Bundesprogramm Anpassung urbana Räume an den Klimawandel. Diese Programme, und es gibt ein Landesprogramm, die sind zeitlich begrenzt. Das heißt, wir müssen uns sputen, dort die Mittel zu beantragen und sie dann rechtzeitig abzurechnen. Deshalb wäre ich Ihnen sehr dankbar, wenn Sie heute zu einer Entscheidungsfindung kommen. Und ergänzend würde ich sagen, dass es, denke ich, auch ein wichtiger Impuls ist zur Aufwertung und zur Attraktivierung der Innenstadt, gerade insbesondere nach der Pandemie, einen Impuls, den sicherlich das Handel und das Gewerbe auch gut brauchen können. Danke. Soweit die Verwaltung und damit kommen wir zur Abstimmung über die Vorlage. Ich lasse die Vorlage in der Beschlussempfehlung des federführenden Ausschusses abstimmen. Wer zustimmen möchte, den bitte ich jetzt ums Handzeichen. Vielen Dank. Die Gegenprobe. Danke. Enthaltungen? Damit ist die Vorlage mit 48 Ja-Stimmen und 19 Gegenstimmen mehrheitlich angenommen. Danke.